Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinen Podcast Episode 193. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich hatte eine fantastische Arbeitswoche, die nur deswegen fantastisch geworden ist, weil sie am Freitag relativ lang gedauert hat. Das klingt irgendwie gar nicht so fantastisch, aber es war ein wahnsinnig netter Termin, den ich da am Freitag späten Nachmittag noch hatte. Und zwar ging das mal wieder um einen Top Schleswig-Holsteiner. Diese Porträt-Reihe, über die ich schon mehrfach hier gesprochen habe, der Beitrag dazu erscheint am Mittwoch, dem kommenden Mittwoch. Und wir konnten das erst am Freitag um 17 Uhr aufzeichnen. Und das war halt so ein ganz schönes Gespräch, was ich mit dem Bürgermeister des Ortes hatte, weil dann die Person, die ich porträtieren werde, schon verstorben ist. Aber der hat so eine coole Geschichte, dass wir gesagt haben, wir machen da mal eine Ausnahme. Geht nämlich darum, dass der von 1911 bis 1973 das ganze Dorf mit Strom versorgt hat, den er selber produziert hat mit einem Generator. Ja, das war diese Geschichte. Und genau, als ich reinkam, sagte die Frau des Bürgermeisters, Ja, nun setzen wir uns erstmal in die Stube, wir sollen erstmal Kaffee trinken. Und sie hatte einen selbstgebackenen Käsekuchen vorbereitet. Und es gab Tee und haben uns sehr nett unterhalten. Ja, das war eigentlich so mein Arbeitshighlight diese Woche. Das hat einigen Spaß gemacht. Ja, und ansonsten wollte ich auch schon vergangenes Wochenende erzählen von einer Serie, die wir angefangen haben bei Netflix, nämlich Suits. Wieder mal viel zu spät damit angefangen, denn Suits existiert inzwischen in der, ich glaube, sechsten Staffel oder so. Wir sind jetzt in Staffel drei, ziemlich am Ende. Und für alle, die es nicht kennen, das ist eine Serie um eine Anwaltskanzlei, beziehungsweise Hauptperson ist eigentlich Mike Ross, ein junger, hochintelligenter Mann, der sein Geld eine Zeit lang damit verdient hat, weniger begabten Menschen den Zugangstest zum Jurastudium in Harvard zu schreiben und da also für ganz gute Ergebnisse gesorgt hat bei Menschen, die diese Ergebnisse normalerweise nicht erreicht hätten, die aber die Kohle hatten, jemanden dafür zu engagieren. Und allerlei Verwicklungen später landet er auf der Flucht vor der Polizei mit einem Koffer voller Drogen im Vorstellungsgespräch eben jener Anwaltsfirma und schafft es halt, den Typen, der gerade jemanden einstellen will, mit seinem Wissen, seinem Können zu beeindrucken, weil er halt ein fotografisches Gedächtnis hat und alle Fragen beantworten kann aus dem Gedächtnis, dass er den Job bekommt. Und jetzt geht es seit drei Staffeln darum, dass er möglichst nicht auffliegt und dass ihm ständig irgendwelche Leute Widersacher aus der eigenen Kanzlei und von außen auf der Spur sind und es spitzt sich immer weiter zu. Und sie haben dann parallel dazu noch immer irgendwelche unlösbaren Fallkonstellationen vor der Brust und immer hat irgendjemand von den beiden eine super Idee, wie es denn jetzt dazu kommen kann. Und das Schöne ist einfach an dieser Serie, was für mich immer, es ist halt immer das Gleiche, die gewinnen immer, wo ich dann so davor sitze, Leute, dann sitzen sie da und dann besprechen sie sich mit Dritten, mit Kollegen aus der Kanzlei, dass das so eine blöde Konstellation ist und dann sagt jemand was völlig Unverfängliches wie, ah Mensch, das ist aber auch eine verfluchte Situation. Und dann gucken sie, natürlich, du bist genial! Und dann springen sie auf, rennen ins Archiv, finden irgendeine Akte oder irgendein Buch oder irgendein Urteil und bla bla und zack, haben die Lösungen des Falls. Das ist das eine, was mich kolossal nervt, ist auf der anderen Seite auch, dass offenbar niemand in dieser ganzen riesigen Top-Kanzlei auch nur ansatzweise daran denkt, seinen Computer zu sperren, weil ständig sich irgendjemand in ein fremdes Postfach einhackt oder sonst wie was. Und was war denn das andere? Ach, das sind alles so... Ach genau, sie haben es überhaupt nicht mit Privatsphäre. Also die führen irgendwelche hochbrisanten Gespräche über Mandanten, über das Geheimnis von Mike Ross, das natürlich in der Kanzlei so gut wie keiner wissen darf, damit sie ihn nicht enttarnen. Und noch irgendwie Beziehungsgeschichten, die führen sie alle irgendwie auf dem Flur, in der vollbesetzten Bibliothek, im Büro mit offener Tür oder auch nur mit geschlossener Glastür. Und in dem einen Büro von diesem HW, da ist auch immer die Sprechanlage zu seiner Sekretärin an. Also die hört jedes Wort, was da gesprochen wird, was zwischen den beiden kein Problem ist. Aber manchmal ist sie halt auch in dem Büro. Und mir ist dann nicht klar, wenn draußen auf dem Flur die Sprechanlage an ist und ein Lautsprecher hat, dass auf dem Sekretärinnenplatz man das hören kann, was da gesprochen wird. Warum steht da nie einer und hört mal zu? Alles so eine Geschichten. Aber insgesamt ist die Serie ganz unterhaltsam. Gucken wir ganz gerne gerade. Wir haben jetzt am Wochenende gerade angefangen mit Brooklyn Nine-Nine. Das wiederum ist was völlig anderes. Eine Sitcom, die in einem Polizeirevier spielt. Super witzig. Da kann ich noch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Da haben wir erst ein paar Folgen von gesehen. Aber es macht unheimlichen Spaß. Und was ich jetzt auch gesehen habe, was auch neu auf meiner Liste ist, Crazy Head, eine britische Serie um ein junges Mädchen, die zufällig ein anderes Mädchen kennenlernt und die beiden sind aber in der Lage, Dämonen zu sehen. Das ist so ein bisschen wie Buffy offenbar. Nur anders und viel, viel witziger. Habe ich, wie gesagt, bisher nur einmal kurz reingeguckt und habe gemerkt, ach, das ist was, dass ich mit meiner Frau zusammengucken muss, sonst kriege ich Ärger. Insofern haben wir da ein bisschen was vor uns. Hinter mir habe ich jetzt ja dann endgültig die vierte Staffel von Mboblu. Das ist ja der Spin-Off-Podcast von Puerto Partida. Er spielt in der Putschkneipe von Stefano Colportis, wo er und Stammgast Udo Tablo Teniso immer sich im Ditche-Stil witzige Geschichten erzählen, zusammen improvisieren. Und ich hatte es, glaube ich, erzählt, dass wir auf dem Kongress eine ganze Staffel davon aufgenommen haben am Podcast-Tisch. Und es war mit Chaos, mit Improvisationen, mit ganz, ganz vielen Menschen, mit vor allen Dingen auch Bierengeln, also Leute, die halb spontan auf, ja, noch nicht mal so explizite Aufforderungen hin, gleich aufgesprungen sind und gesagt haben, wir gehen mal rüber zur Bar und holen euch neues Bier. Man kann ja schlecht über Bier sprechen oder in einer Kölschkneipe sitzen, ohne Bier zu trinken. Und das war, es war ein Mordspaß, den wir dabei hatten. Ich glaube, das kommt auch raus. Bei einigen Folgen hat Udo unsere Lacher und sowas drin gelassen, die wir nach der Folge dann, also das war immer so, von der Situation her, kam immer das Intro und dieses Türgeräusch. Dann ist irgendwas Absurdes passiert in dieser Kneipe und dann haben wir alle immer ganz furchtbar stillgehalten, bis das, dass das Outro lief und haben dann angefangen zu lachen. Und das hat er bei ein paar Stellen, hat er es drin gelassen. Und das war, das war gut. Hat Spaß gemacht. Ja, kann ich nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Ja, und ansonsten freue ich mich langsam immer mehr auf die Campingsaison. Wir haben jetzt ja hier in Nördfriesland, gerade haben wir heute, heute ist Sonntag, wir haben zwölf Grad plus. Das ist so irre. Was? Das ist so irre. Das Wetter korrespondiert damit kein bisschen. Es ist sehr bewölkt und es nieselt ab und zu ein bisschen. Aber es ist warm. Du kannst rausgehen, also man könnte sogar ohne Jacke, ganz, ganz ohne Jacke rausgehen. Habe ich mir noch nicht getraut. Wie gesagt, ein bisschen Niesel. Ich habe also die Übergangsjacke wieder rausgeholt. Die Winterjacke, die wir jetzt einmotten können, hoffe ich. Ich hoffe ja, dass es auch dabei bleibt, dass wir noch ganz lange gutes Wetter haben. Und je wärmer das wird, desto mehr wünsche ich mir natürlich, dass der Wohnwagen jetzt langsam wieder aus der Halle kann. Das wird höchste Zeit. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, wo wir denn vielleicht hinfahren könnten. Es hängt alles noch. Das ist alles noch total unklar, wie es klappen kann, ob es klappen kann. Und wo wir dann hinfahren, weil meine Frau tritt am 1.6. eine neue Stelle an. Da müssen wir erst mal sehen, wie Urlaubsplanung, ob Urlaubsplanung überhaupt für uns möglich ist. Das müssen wir dann mal gucken. Aber es wird jetzt Zeit. Es wird höchste Zeit. Und irgendwann, jetzt kommt ja dann hoffentlich auch der Anruf, dass sie die Halle aufmachen, dass wir ran können. Und unabhängig davon, ob wir dann schon losfahren, möchte ich den Wohnwagen dann einfach mal herholen, ihn mal durchchecken, ein bisschen Wartungskram daran machen. Die Fenster sind noch nicht alle ganz repariert. Da habe ich ja mal, glaube ich, letztes Jahr erzählt, dass die Aussteller reihum ausreißen. Das werde ich dann mal in Ordnung bringen. Ich muss eine neue Gasflasche rein. Und dieser ganze Kram, das will ich dann einfach mal machen. Und keine Ahnung, vielleicht stellen wir uns irgendwo eine Nacht hin. Oder auch nicht. Oder wir stellen ihn gleich wieder zurück in die Halle. Ist ja scheißegal. Aber Hauptsache mal den soweit klarkriegen, dass wir los können. Batterie wieder anklemmen. So eine Geschichte. Alles, was halt so passieren muss. Naja, es wird Zeit. Es wird höchste Zeit. Dann möchte ich euch noch von einem Craft Beer erzählen, das ich in letzter Zeit getrunken habe. Und zwar hatte ich am Start das Hamburger Rot Red Ale. Das ist ein Red Ale mit 5,0 Prozent Alkohol. Das ist also, rot trifft es gar nicht. Das ist mehr dunkelbraun. Hat eine fantastische Schaumkrone im Glas. Aber Alter, schäumt die Kacke. Das ist unglaublich. Das läuft über, wenn du es aufmachst. Also zumindest die Flasche, die ich hatte, schäumte wie Sau. Das ist, da muss man also drauf gefasst sein. Also sprich, die Flasche läuft erstmal über. Aber wenn man das Zeug im Glas hat, dann bildet es eine schöne Schaumkrone, die auch lange hält. Das ist echt gut. Und vom Geschmack her stark hopfig. Also ziemlich bitter. So ein bisschen sprittig. Also wie man es bei Schnaps oder bei Cocktails manchmal hat, dass man so den Alkohol rausschmeckt. Und das fand ich irgendwie ein bisschen auffällig. Aber insgesamt eine sehr schöne Flasche. Ich kann leider nichts zum Preis sagen, weil ich wie alle Craft Biers, die in meinem Keller gerade stehen, habe ich alle geschenkt bekommen. Und von daher keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich den Link dazu finde, ob ich da irgendwo was rauskriege. Und dann stelle ich euch das in die Shownotes. Aber bitte nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Dann nur noch der Hinweis auf einen weiteren Podcast, an dem ich ein bisschen mitgewirkt habe, nämlich das Brombeerlabor. Der ist seit diesem Wochenende mit der ersten Folge draußen. Und da mache ich den Aufsprecher. Könnt ihr euch ja mal angucken, ob euch das gefällt. Beide Macher sind ausgesprochen nette Menschen. Ich habe selber bisher nur die ersten paar Minuten gehört. Einfach aus Zeitgründen. Und empfehle euch das aber sehr, da mal reinzuhören. Ach so, und ganz zum Schluss wollte ich noch eingehen auf einen Kommentar, den ich bekommen habe zur letzten Folge der 192, als ich unter anderem erzählt habe über diese Pfotenüberzieher, die wir für Frau Hund gekauft haben. Dazu schreibt Doreen, Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Ich zitiere, denn es sind nur zwei Zeilen. Wahnsinn, der Hund macht euch nur Probleme, oder? Ihr müsst euer Silvester nach ihm ausrichten. Er macht Mimimi, wenn er im Winter raus muss. Ja, richtig. Das kann man so sehen, dass der Hund nur Probleme macht. Es ist aber ganz anders, denn wir sehen es so, dass es mag für Außenstehende unverständlich klingen oder albern, aber so ein Hund wird einfach zum Familienmitglied. Der hat eine Persönlichkeit, der ist ständig da. Der kommuniziert mit uns, kann man, glaube ich, deutlich sagen. Und wenn man Verantwortung für so ein Tier übernimmt, wenn man so ein Tier bei sich aufnimmt, dann gehört das dazu, dass man auch Rücksicht auf seine Bedürfnisse und Befindlichkeiten nimmt. Und auch wenn man das absolut nicht vergleichen kann, ich finde Leute, die die Haustiere an die Position von Kindern erheben, die haben, glaube ich, ein schlimmes Problem. Aber man kann es prinzipiell vergleichen. Denn niemand würde ja sagen, meine Güte, euer Kind, das macht euch ja nur Probleme, ihr seid ständig beim Arzt, müsst andere Klamotten kaufen. Und wieso fahrt ihr denn schon seit Ewigkeiten nicht mehr zum Cluburlaub auf Ibiza? Geht natürlich nicht mit Kind. Und es geht eben, manche Sachen funktionieren halt mit Hund nicht. Und das ist eben etwas, ja, wir mögen unseren Hund halt. Und solange wir in der Situation sind, wo wir uns auch danach richten können, dass es dem Hund gut geht, warum sollen wir es da nicht machen? Weißt du, wenn wir beispielsweise einen Urlaub buchen oder irgendwas, dann gucken wir halt auch in erster Linie, darum kann der Hund mit. Und bei manchen Urlaubsformen, die wir machen wollen, da geht das halt nicht. Da gucken wir eben, dass der Hund irgendwo gut untergebracht ist. Und naja, wenn jetzt an Silvester der Hund sich wimmernd vor Angst irgendwo verkriecht und kaum noch ansprechbar ist und furchtbare Panik hat, dann ist unser erster Impuls nicht, naja, da muss er jetzt halt durch. Es sind ja nur ein, zwei Tage, wo es so doll knallt. Sondern dann wollen wir dem Tier diesen Stress ersparen. Das kann man albern finden oder nicht verstehen. Ich finde das völlig legitim, wenn man das nicht versteht, warum wir so reagieren. Aber es ist halt bei uns so. Und wir sind in der Position und in der Lage, dass wir das machen können, weil wir beide nicht so viel oder weil uns Silvester und Feuerwerk beispielsweise nicht so wichtig ist, dass wir sagen, wir wollen das unbedingt, sondern wir nehmen dann halt lieber Rücksicht und fahren halt weg, damit der Hund eben diesen Stress nicht hat. Genauso wie wir halt auch sagen können, okay, dann kriegt der Hund halt Schuhe an, wenn im Winter Salz gestreut wird. Ich finde das völlig legitim, das zu machen. Zumal, wie gesagt, wir haben eine gewisse Verantwortung. Ich möchte nicht, dass mein Hund Schmerzen hat. Und wenn ihr der Gassigang mit Salz gepökelten Gehwegen Schmerzen bereitet, dann möchte ich etwas dagegen tun. Und in diesem Fall sind das eben diese Schuhe und das tun wir dann auch gerne. Weil eben der, ja, weil wir halt eine Verantwortung dem Tier gegenüber haben. So würde ich es zusammenfassen. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine sensationelle Woche und viel Spaß bei allem, was ihr macht. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.